Ein Parasite. Er beschützt den Absoluten Schild. Ich traf hier, glaube ich, keins. Zieh im Fleisch. Erstmal eine kurze Rast. Und das Fleisch dabei. Streitschlichter. Streitschlichter. Das ist ein Schild. 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 Der Aktion Feilschern allein 9.1-8 Schaden. Feilschern ? Ich weiß nicht, ob das jemand macht. Ist eher für Astarium. Attributsanzug. Einmal pro Zug. Wenn ein Angriff so auslöst, verringert der Angriff den entsprechenden Attribut Season 1. Lampenfieber. Wird ein Attributsanzug nehmen. Nicht schlecht. Ich bin schon fast versucht. Lange Rast brauchen wir noch nicht. Doch müssen wir nochmal rausnehmen. Ausgehen. Aber hier im roten Bereich können wir nicht. Oh. Es war eine Ehre, die Schäden zu deinem Seite zu gehen. Ein bisschen mehr besonderer hier, oder? Was? Warum lebt er noch? Sich keinen Grund, ihn am Leben zu lassen. Und er hält sich. Ein bisschen Geld. Aber keine Thermohandschuhe. Kann man schon verkaufen. Ja. Ja. Ich habe es immer schon gekürt. Ja. Wieso? Ich habe es immer gut gekürt. Ich habe es immer gut gekürt. Wo ist auch jemand mehr? Hier wird gespeichert. Oha. Du. Was hast du getan? Was hast du für mich getan? Ich bin hier, um euch zu vernichten. Daran seid ihr selbst schuld. Ihr habt Nachtglied hundert Jahre lang ausgebeutet. Jetzt ist das Schluss. Entschüchtern. Ergebt euch. Dann lasse ich euch vielleicht leben. Überzeugen. Melodia hat sich mehr für euch gewünscht. Gefolgt. Hört auf. Dann gibt es vielleicht noch eine Lösung. Wir haben überzeugt. Es gibt keine Reduktion. Kannst du sehen? Es ist zu spät. Wenn Melodia könnte alles, was ich getan habe, dann würde sie wissen. Sie würde wissen, dass ihr husband lange mit Isabel stirbt. Unlike Isabel. Er könnte nicht zurückgebracht werden. Wenn ihr euch gefällt, für euch ist es noch nicht zu spät. Nur Melodia wartet im Jenseits ob euch. Kehrt zu Selin zurück. Wir werden eure Serien wieder vereint. Setzt ihr das Spektakel der Gewalt vor. Ich wünsche euch das so. Ich wünsche euch das so. Aber die Moon Maiden hat nicht interveniert. Wenn meine Leben verabschiedet wurde, piece by piece. Und wenn ich es versuchte, zurück zu kaufen, hat es mir alles gekostet. Alles. Wir sind copper pieces in der Belze. Tokens, um zu verabschieden. Du hast mich verabschiedet, true soul. Aber die Gode verabschieden mich erst. Ich kann euch helfen, Capric, wenn ihr mich lasst. Es ist noch nicht zu spät, Capric. Eure Geschichte muss nicht enden. Kommt friedlich mit. Dann verschone ich euch. Es wird nie langweilig, seine Feinde kaum zu sehen. Vielleicht können wir den jetzt ohne Kampf besiegen. Entschuldige denn jetzt. Nicht eingreifen. Wart Capric hat sich ergeben. und das meine. Und so viel dazu. Wenn wir ihn doch bekämpfen müssen. Die Prism. Die Prism. Du hast es all diese Zeit gehabt. Du Worm. Du wohnst vor mir. Und wenn du nicht wohnst, du wohnst. Er wird auf der Macht des Teufels. Gib ihm alles, was du hast. Die Gottes kämpft auf unserer Seite. Ach du Scheiße. Spinner. Bestimmt der ist ja. Wir haben auch noch nicht erledigt. Sondern zwei Bosskämpfe auf einem. Unverlässlichkeit. In der Richtung. Genial. Wir sind so am Arsch. Ja Scheiße. Ich bin so am Arsch. 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 Und diese Reisbaum. Ich bin so am Arsch. Und wir töten mal. Siehen hier. Keine Entziele. Auf geht's. Let's go. Okay, that was a bit unnecessary. Let's reach him. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You're attacked, Soldiers! Welcome, Alien. Ich bin hier drin. Ah, das ist schon. Ich bin hier drin. Das ist hilfreich. Ist der jetzt angreifbar? Ich bin tief. Sehr gut. Ich bin hier drin. Voll zerflaschen. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt greife ich auch meine Freunde an. Das ist nicht irgendwie praktisch. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Toller Fielschlag. Nicht schlecht. My lord beckons me. You must return to your prison. And my daughter must be reborn. One last time. Oh shit. You will fall as sure as she is. This has only begun. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? Oh shit. I am going to run away for 5 minutes. Jetzt haben wir noch ein paar andere Gegner zu besiegen. Ja komm, mach's alle. Oh, Carvis. Fehlschlag. Nur bitte dieses Anspringen. Da befret' ich vielleicht meinen eigenen Leuten mehr. Das tut's. Mondlaterno. Ein grausamer Stachel. Und da werden wir gehen. die kleben sind jetzt kein problem mehr vor allem gegen mich die monstern sehr umgefasst dann halt so ein Windschritt Ich glaube, ich muss mich mal zurückverwandeln. Ich glaube, ich muss mich selbst Das ist nicht vorbei. Wir müssen uns Ketherick Thorn Was ist mir selbst Was in den Nine Hells ist passiert? Ich dachte, wir haben ihn. Nichts zu tun, aber folgen ihn und zu Ende des Arbeit. Ah, ja. Das haben wir schon gebootet. Schwierig zu tun. Ein bisschen überladen. Wenn dieses wird sich verfügbar, ich hab doch. Er ist noch nicht wirklich gebootet. Ok, die ganzen hellen Bahnen können wir. Das lange schicken. Schatten ist das auch nicht gewogen. Ich hab irgendwo ein Liebesfahrzeug aufgehoben. Dann war das nicht, war das in dem wir nicht gespeichert haben. Nicht so schlecht, wie es könnte. Ich habe viel auf meinem Geist. Und, naja, in es. Blut als Lager geschickt. Schauen wir uns später herum. Warte, was muss ich hier tun? Warte, eins muss hier tun. Ich werde das Licht durchmachen. Wir sollten durch eine Lagerast machen, bevor wir reingehen. Was geht's hier? Dann geht's nichts. Ich denke, es ist noch ein Fass. Nichts wertvolles drin. Hm, schade. Durch die Dunkel breitet sich hier nicht der Schattenfluch aus. Runde Flasche. Hier brennt es sowieso. Hier brennt es sowieso. Nachricht von Cortash. Herr Frick, nur eine kurze Nachricht. Ich muss voller Bestürzung erfahren, als eure Einsatztruppe das Artefakt nach wie vor nicht beschaffen konnten. Die Flanki scheinen auch hinter ihm her zu sein. Ich habe euch bei Gelegenheit noch mehr zu sagen, aber eure Truppen dürfen sich diese Gegend auf gar keinen Fall wegschnappen lassen. Ich glaube dafür ist es zu spät. Das ist einfach als Symbol. Ich muss nicht da was machen. Ich muss nicht da was machen. Das ist einfach als Symbol. Dann müssen wir wahrscheinlich hier drüben müssen wir runter. Das ist einfach als Symbol. Die Dunkel war es ja noch ein ganz grüter Fuß. Das muss man rein müssen. 10 Sekunden. 1440. Sehr schön. Na dann. Töten wir den ersten von 3-Bus-Fights. Der Rund ist weg. Nog ein Rot. Der Rund ist weg. Möglicherweise weit. Ein nur Tentakel verbringt durch den Stein. Der Rund ist weg. mach ob es manche kann ich mal die ausfahre Das ist eine Lippe. Das muss man die Tadpoles haben. Wir sind nahe der Sorte der Infection. Das ist eine Lippe. Ah, dann erkunden wir mal hier die Fliehenkolonie. Das können wir jetzt mal... Die Glocke können wir... Verkaufen. Wenn wir uns da verschicken. Jetzt geht's hier durch die schleimigen Unterwunder. Das soll uns auch erst mal denken. Und die Leisenholz. Und dann hat er. Und dann geht's. Keine wills sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it and its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. I forgot his thoughts. What is that here? What have you done with the people? I need your master of carefree. Why don't I send you to all the creatures? What will you do with the people? Why don't I send you all the creatures that you have slaughtered? Part of one's mind. Four little feet. Dancing. To seem so. With a lurch you realize he means the intellect devourers. Here the brains are harvested. Made part of the hive mind. Yes. Yes. Please. Yes. Yes. He's been praying for the people... Yes. No. I'm not leaving. Yes. So much blood. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. Time to jump. Sorry. I should not really do. There is no problem. Death. At last. No. Foul. That's what I should get blocked. Don't do anything. Wir müssen einen Weg finden. Es ist noch einer zu erreichen. Da hinten. Sehr gut. Ich glaube, da ist einer hinter mir. Ich habe übersehen. Ich gebe hier. Einer noch. Ich würde den Toten gerne helfen. Vergiss immer, dass Astarro nicht wirklich eine Waffe hat. Ich würde den Toten gerne helfen. Sie ist falsch. Hm. Wo sind wir hier? Das ist ein starker Zombie. Okay, warum kann ich nicht mehr? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Gottes guckt. sehr gut sind sie mit den Knotonien-Tanks jetzt zur Todeshütte wieder das könnte interessant werden ich werde mal folgendes machen schade das war tatsächlich sehr wichtig an diese Tür schade ich kann nicht erreichen die Luft hat nichts gebracht stehe ich schön nah an das Ding hier dran damit wir nicht mit einem Feuerwehr ausschalten können und warte ich habe da noch was stehe ich möglichst hier zusammen das ist zwar natürlich auch gut Schattenherz und so aber dann mache ich mal einen Satz nach oben ich hoffe dass das klappt es gibt doch hier noch eine Schriftrolle gar nicht mal so schlecht muss mich da hinlöschen jetzt gut zurück ich bin aber nicht vielleicht ich bin aber nicht ich bin aber nicht es ist nicht Na toll. Ich habe meine Heilung gebraucht. Schön geblieben. Ah verdammt. Wo kommt es her? Jetzt müssen wir erstmal die Angriffe der Bühne rein. Ich denke, du kannst mich auf. Oh, noch ein Fehlschlag. Sehr schön. Oh, ich bin noch ein Ding hier. Als ob der noch steht. Und der auch noch. Das ist ein Agent Blut, Leute. Ich weiß nicht, wie lange wir die brauchen können. So, Mist. Er schätzt mich hier ein, aber ich bin hier. Okay, Präsenz erkennen. Ah, nicht gut. Ich bin hinter ihm. So in Zombies sind fast alle tot. Einmal sind sie das gleich. Okay, jetzt von hinten. Ich kann es mich angreifen. Du solltest mich nicht deinem Feind gemacht haben. Jetzt kann man dich immer ablenken. So eine Verschwendung. So eine Verschwendung. So eine Verschwendung. So eine Verschwendung. Das ist immer gut. Das wird das Dane. So eine Verschwendung. Den Schneck. Wir müssen uns nachher mal auf die Dode zu konzentrieren. Ein Vorteil. Jetzt ist er verwundbar. Sehr gut. Und noch ein Pfeil. So toll es wird, dass es gegenüber. Und noch ein großer Zombie. Der ist recht zu retten. Vielleicht ist er noch ein großer Zombie. Sehr schön. Okay, dann fäure ich mich mal zusammen. Nur noch ein Diener, auch nicht richtig sehr. Da haben wir es. Wow. Vielleicht mal eine Kurze Rast. Wo ist der Todeswürzel? Ah, nichts Wichtiges dabei. Die haben alle nichts. Mensch, kann ich mal ein paar Automobil-Tanks mitnehmen. Und keiner gut werfen. Ja, ich brauche mehr Pockets. Super Sammler hier. Nicht erreichbar. Oh. Dieses Rätsel, was ich hier sehen. Ich habe nicht mehr was zu lesen. Ich habe die komplette Lösung aufgenommen, weil das ziemlich kompliziert ist. Ich bin der Manipulation des Bewusstseins. Okay, jetzt kein Fehler machen. Scheuer ... Um ... Um ... Melanchisse machen wir das am dümmsten das muster wenn ich das richtig sehe das gehirn und änderung und emotionen ist nur nach unten dann hier nach oben dann muss das hier hin das richtig ist hier das muss und ich könnte ja den sieben Ach du Scheiße. Ok, hier haben wir. Wir sind dann hier. Wir sind hier im Schiff. Wir sind hier im Schiff. Wir sind hier im Schiff. Das muss hier unten hin. Das Emotionen haben wir, Sprache, Vernunft. Dann muss beruhen, hier runter, mit Erinnerung. Sie dürfen sich bloß nicht zur Kontrolle überlappen. Dann sind wir da nicht. Da sind wir da nicht. Ah, ah. Ah, ah. Okay, dann haben wir zum Glück schon angefangen. Wenn ich das richtig sehe, kommt das, verlimpft. Mach hier. Und das zum Weg. So, jetzt müssen wir noch blau. Sprache. Nicht das richtig sehe, ist das so? Dann einmal quer runter. Und dann hier. Nein, hier. Jetzt vergibst du nicht. Oh. Oh, komm. Oh, komm. Sehr schön. Rätsel gelöst. ein einfacher verstand klingender unterdrückten zählen sieben bis neunzehn schaden ja das ist nicht zu genial hat einen bonusangriff kostet das hier schon rechnen war für starvedung da wird seine spritzen ablegen und hier haben wir noch ein engbeizt das camera aus dem intro des spiels das los blooms into a sudden fury burying claws in your mind und just as suddenly pain and memory are gone leaving only stone once more the grand design the restoration of the mindflayer empire the dream of all elipids und da war schon mal einen weg hier entdeckt das sollten wir auch ordentlich erkunden nicht einfach alles zu klassen und kriegs zum boss kampf weitergehen jetzt habe ich hier gebräuert die bermute keine an wie man das nicht von denen geboren werden was auch immer hier war Und hier gibt es noch was. Resonanzstein. Glorious. So viel Müll im Inventar. Gedankenspeicher. Kann man da den Apparat reinwerfen. Kann noch nicht so leicht sein. Dann schießen wir jetzt nochmal. So müsste Flächenrose sein. Dann brauchen wir mal ein Finger im Inventar. Das Resonanz-Ding hier. Das ist jetzt so nicht möglich. Aha. Hm. Feine Bohnen. Schmerzen. Eine Art Elf. Sehr schön für eine Flaschprison. Wenn nicht die nobelen Getserai-Future, die ich mit geboren wurde. Ich glaube, ihr seid kein williger Getser der Gek. Vielleicht können wir uns einander helfen. Ihr habt euch Getser und Giftserai genannt. Das ist eine Art Geflanky. Ihr seid unglaublich wach für ein eingelegtes Wurm. Ich hoffe, ihr wollt mir helfen. Mein ordem war eine technische Technik, viel Angst vor dem Geek. Sie haben uns für uns verletzt, und mich als Trophäe. Ich habe nie verletzt, aber ich habe alle diese Jahrzehnte gewöhnt. Aware. Also hier ist mein Offer. Use dein Tadpole, mich aufbauen, und ich werde meine Technik an dich verletzt. Aha. Ihr hattet das Lied. Der Monk sagt nicht alles. Alles klar, ich... Die Gek hat nicht mein Monasterie gefunden. Ich habe sie dort geholfen. Sie haben mir die Immortalität geholfen. Und sie haben es gegeben. Ich habe ihre rotende Trophäe seit Jahrzehnten. Als sie agitieren wird, so ist sie langweilige Psyonische Kraft. Zu deinem Tadpole, diese Gefühle und Terror sind fast... ...fragrant. Sie wissen, die Illyphids locken sie nicht wie ein Trophäe, ... aber wie eine fine Vintage. Bitte! Bitte! Touch meine Mind und purge sie! Der Moment, in dem du machst, wird mein Wissen sein. Der Moment, in dem du machst, wird dein Wissen sein. Die Wissen, die dich verletzt, ist nichts wie der Tadpole. Es ist... Es ist... ...tentative... ... und verletzt, mit der Leidigkeit des Eons. Es fliegt unter deinem Touch. Aber du fühlst, dass du etwas hinterlassen hast. Ein Fragment. Es ist nur Wissen, ohne Wissen. Aber wenn du es benutzt, du wirst... ... sehen. Ich... ... und ich... ... und ich... ... sehe... Aha. Ich habe zwei Gedanken über hier. Sollten wir sie wieder mitnehmen? Ja, vielleicht. Oh, jetzt kann ich jetzt... ... durch die E2. Oh, jetzt kann ich jetzt... ... und ich... ... danach kann ich nicht übernehmen. Oh, jetzt kann ich bei euch auch mal sagen. ... ... ... ... Oh, hier geht es tatsächlich weiter. Hier geht es zum Basfeld. Wir sollten aber noch nicht nach dem Weg gehen. Wir müssen noch auf alle anderen Weg gehen. Wir müssen noch weiter abzuschlachten. Okay. Lashes, Balthazar lässt one of his walking carcasses lapse from his control. Let's ferry them back. Wait! jemand kennt uns auftreten dich dumm stellen und vorgerücken dass du neben deinem gedächtnis auch den verstand verloren hast zumindest ist mein kling noch scharf wer war ich für euch als ich hier war bevor ich infiziert wurde mich behalten was habt ihr mir angetan weiß nicht wovon ihr redet aber ihr werdet mir alles erzählen ich stelle mich mal dumm ich habe mich vermisst habt ihr mir getan ich weiß nicht wovon ihr redet aber ihr werdet mir alles erzählen ich behalten was habt ihr mir angetan wer war ich für euch als ich hier war bevor ich infiziert wurde ich weiß nicht wie es ist wie ist das möglich oh aber was eine wunderschöne du hast du nicht supposed to be here special one Das ist nicht richtig. Aber ich will nicht dich verraten. Du war mein erstes, nachher. Ich habe alles über die Parasite gelernt. Ich erinnere mich zu finden, dich nahe zu sterben. Beaten black and blue auf dem Boden dieser Sanctum. Es muss wohl ein paar Stunden nach dem Tadpole gelegt wurde in dein Skull. Wie du hier bist, war total ein Mysterium. Aber ich schickte dich nur genug, um dich zu leben. Dann legte dich in deinem Krib. Ich durfte dich als mein. Bis du von unseren Superioren brauchst. Wir hatten so eine nahe Verbindung. Ich öffnete dich endlich mit meinen Skull. Und bin in deinen Inseln verloren. Aha. Wie haben sie mich also zurückgelassen, nachdem ich infiziert wurde? Wurde im Plan des Absoluten gebraucht. Wofür? Wird dafür sterben, was ihr... Ihr werdet dafür sterben, was ihr mehr getan habt. Was? Wie speziell, wie du bist. Du solltest nicht hier herumschrauben. Sie schreien, als ob es freiwillig ist, was ihr wieder. Wir werden dich töten, lieblich. Aber ich versuche, dass ich mit dir bleiben werde. Lashes! Aha. Bring' diesen einen zurück zu meinem Tisch. Und prepare' meine Knife für eine lange Nacht von Experimenten. Dann seh' ich anders. Ich muss nur bewegen, was sie bei mir weiter. So ein Mist. Was ist das? Wird schon frei. Hmm. Schade. Woh! 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 Ich habe ihn bereit. Das ist mir das da, wenn ich da nichts. Da hängt hier noch drüben ab. Da ist nicht gesprungen. Zu hoch. Fünfmal toll. Könnten wir die Hilfe mal gebrauchen. Wir haben noch nicht gewähnt. Ich kann nicht, nicht jetzt. Du musst lieber gehen. Das trifft mit dazu. Oh! Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass du mit dem Gehirn verletzt bist. Ich bin ein Gehirn, der Herr von den Gehirn hat. Ich bin ein Gehirn. Ich muss den Gehirn verletzen, die in der Gehirn verletzen. Dieser Necromancer war ein Grunt in der Scheme der Horrors, die gegen dich errichtet hat. Dieser Attacker ist die Grund. Im Herz dieser Membranen war ein Dagger, die dich allgemein erwartet hat. Aber von wen? Ein bisschen Gold. Hier noch irgendwo was. Hm. Wollen wir dann mal weiter hier. Da gibt es noch einen Gang. Aber ich würde mal sagen, bevor wir in den nächsten Kampf geraten. Lassen wir uns für heute gut sein. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es weiter. Hier mit den verbleibenden Räumen. Und dann wahrscheinlich auch bald mit dem Käfig-Bauskampf. Und nach dem Käfig-Bauskampf geht es wahrscheinlich ab in Akt 3. So sieht es aus. Bis zum nächsten Part. Tschau tschau. Tschau tschau. Tschau tschau. Oh nein. Musik Musik Musik